Erst wenn alle Titel fertig bearbeitet sind, gehen Sie an das PQ-Editing. Damit ist das Editieren der Markerinformationen gemeint, die der CD-Player zur Titelerkennung benötigt. In diesem Fall habe ich das Editieren der Anfänge, Enden und Übergänge mit einbezogen. Noch vor 10 Jahren boten Mastering-Programme unzählige kryptische Parameter zum PQ-Editing, die einen schwindelig werden ließen, wenn man das Rap-Book benötigte, um sie zu verstehen. Heute ist das glücklicherweise alles nicht mehr nötig und WaveLab bietet einen intuitiven, sehr sicheren PQ-Editor. Die Einstellungen für CD-Marker können im CD-Wizard bei Bedarf geändert werden. Dafür gibt es aber kaum Anlass, denn Änderungen sollten auch auf Kompatibilität überprüft werden. Die Anfänge, Enden, Crossfades und Fades editiere ich in der Montage, weil sie sich hier nondestruktiv auf die Audiodateien auswirken. So können Sie später von einem fertig gemasterten Titel eine längere Version für einen anderen Tonträger ziehen, indem Sie den Fadeout einfach verschieben. Auf die einzelnen Funktionalitäten von WaveLab möchte ich nicht in aller Tiefe eingehen, weil sie am Handbuch stehen. Entscheidend für die Platzierung der Marker ist ein einfühlsamer, intuitiver Angang. Die Übergangszeiten und Crossfades höre ich mit reichlich Vorlauf und zähle innerlich den Beat weiter. Es gibt immer eine Position, an der der nächste Titel beginnen muss. Als Tipp kann ich Ihnen mitgeben, dass es manchmal hilfreich ist, am Ende des PQ-Editings mit einer Art Halbaufmerksamkeit die Übergänge zu kontrollieren. Bei etwas weniger Konzentration arbeitet die Intuition meist zuverlässiger und sie kommen auf bessere Ergebnisse. Bei Crossfades-Zwischentiteln haben Sie das Peak-Meter bitte immer im Auge. Arbeiten Sie sich systematisch von Anfang bis Ende durch das Projekt. Sollten Sie Änderungen mitten in ein fast fertiges Projekt einfügen wollen, ohne andere bereits editierte Übergänge zu beeinflussen, bietet WaveLab mit den unterschiedlichen Auswahlfunktionen oder der numerischen Änderungen auf der CD-Registerkarte genügend Möglichkeiten zum bequemen Editieren. Hier ist eine numerische Änderung einer Pausenzeit zu sehen, die automatisch alle dahinterliegenden Werte entsprechend verschiebt. Im Hauptfenster der Montage ist die Auswahlfunktion Alle Clips rechts vom Positionszeiger anwählen, ein gerne verwendetes Hilfsmittel für kleine Korrekturen in der Montage. In der nächsten Malen